Einige von euch haben mich gefragt, wie kann ich meinen Eltern erzählen, dass ich Windeln trage? Andere sind ratlos, ob sie es überhaupt sagen oder für sich behalten sollen. In diesem Video sage ich dir meine Meinung dazu und ich werde dir Tipps geben, damit du deine eigene Entscheidung treffen kannst. Als erstes müssen wir über den Grund unterscheiden, ist es unfreiwillig, weil du beispielsweise ungewollt ins Bett machst. Dann solltest du mit deinen Eltern oder einem Arzt sprechen. Es kann ein medizinisches Problem sein oder es kommt durch starke psychische Belastung wie Streit bei den Eltern, eine Scheidung, Mobbing, Leistungsdruck in der Schule oder andere Dinge, die dich belasten. Windeln können hier möglicherweise unterstützen. Das Wichtigste ist hier aber meiner Meinung nach, dass die Ursache gefunden und im besten Falle gelöst wird. Ich würde daher ein vertrauliches Gespräch suchen. Der Arzt hat eine Schweigepflicht, was wichtig sein kann, falls es um Probleme mit den Eltern geht. Auch wenn einige sich dafür schämen, es ist keine Schande, seine Probleme offen anzusprechen und sie lösen zu wollen, im Gegenteil. Du bist auch nicht schuld, wenn du ohne Absicht ins Bett machst. Doch was ist, wenn es keine psychischen oder medizinischen Gründe gibt und du einfach nur freiwillig Windeln tragen möchtest? Auch dafür gibt es verschiedene Gründe, manche verhalten sich gerne wie ein Kleinkind oder Baby, da gehört eine Windel ebenso dazu, wie beispielsweise Spielzeug oder Kuscheltiere. Andere mögen es Windeln zu tragen, weil sie ein Gefühl der Sicherheit geben, an die Kindheit erinnern oder es schlicht praktisch ist, nicht immer aufs Klo gehen zu müssen. All das ist grundsätzlich nichts Schlimmes, schließlich schadet es niemandem. Und trotzdem ist es leider sehr schwierig, mit Eltern oder Freunden darüber zu sprechen. Viele, die selbst nichts mit Windeln zu tun haben, finden es zumindest komisch oder sogar ekelig, wenn jemand Windeln trägt, ohne es zu müssen. Das reicht von Unverständnis bis hin zur Ablehnung. Es nicht zu verstehen, kann man den Leuten meiner Meinung nach nicht vorwerfen. Es ist wie mit einem Hobby, das andere gar nicht mögen oder teilen, da fehlt das Verständnis, warum jemand freiwillig so etwas macht, das man selbst nie tun würde. Schwierig wird es allerdings, wenn man dafür abgelehnt wird. Es ist wie mit anderen Hobbys, jeder kennt wohl Hobbys eines Freundes oder aus der Familie, die man selbst gar nicht mag. Dann lässt man am besten dieses Thema und spricht über die Dinge, die beide Seiten mögen. Das ist auch okay, schließlich ist jeder verschieden und nicht jeder mag alles. Bei Windeln habe ich leider schon öfter mitbekommen, dass einige dieses Thema anders sehen. Entweder glauben Menschen von außerhalb an Vorurteile oder sie finden schon die Vorstellung, eine Windel zu tragen, ziemlich abstoßend. Ich würde mir daher sehr genau überlegen, wem ich davon erzähle. Eltern denken oft, dass etwas nicht stimmt. Insbesondere wenn du noch unter 18 bist, kann es sein, dass deine Eltern dich zu einem Arzt schicken, weil es für sie unbegreiflich ist, dass man freiwillig Windeln trägt und sie deswegen ein medizinisches Problem vermuten. Wenn es eine Vorliebe ist, kann man sich zudem fragen, ob es angemessen ist, den Eltern davon zu erzählen. Würde man es mit anderen Vorlieben tun? Wahrscheinlich eher nicht, weil es ein sehr persönliches Thema ist. Einige haben den Traum, dass sie ihren Eltern davon erzählen und diese ihnen dann Windeln kaufen. Hier muss ich euch leider sagen, das passiert sehr selten. Selbst wenn man Glück hat und die Eltern akzeptieren, dass ihr freiwillig Windeln tragt, sehen das die meisten Eltern als unnötigen Freizeitspaß, den man daher auch selbst bezahlen soll. Ihr solltet auch bedenken, zu Hause müsst ihr wohl noch mindestens ein paar Jahre wohnen bleiben, bis ihr ausziehen könnt. Das kann unangenehm werden, wenn eure Eltern von den Windeln wissen und es ablehnen. Ich habe schon mitbekommen, wie die Eltern den Windelvorrat entsorgt haben und es deswegen Streit gab. Auch bei Freunden ist es schwierig. Ich kenne Menschen, die haben es ihren besten Freunden anvertraut und diese anschließend verloren. Das muss natürlich bei dir nicht alles genauso sein. Von euren Rückmeldungen ist jedoch leider die Mehrheit negativ, ein kleiner Teil neutral und ein sehr kleiner positiv. Überlegt euch daher gründlich, wem ihr so etwas wirklich anvertrauen könnt. Manch ein Freund behält dieses Geheimnis nicht für sich, sondern erzählt es rum, was beispielsweise zu Mobbing an der Schule führen kann. Ich persönlich habe es daher für mich behalten und würde das jedem empfehlen, der sich nicht 100% sicher ist, dass Eltern oder Freunde Windeln akzeptieren. Sobald ihr auszieht, könnt ihr tragen, was ihr wollt, ohne euch rechtfertigen zu müssen oder Ablehnung zu fürchten. Das sind ein paar Jahre und mag einem vielleicht viel vorkommen, aber es ist überschaubar. Wenn man noch zu Hause wohnt, liegt der Großteil des Lebens vor einem, nicht hinter dir. Bis dahin kann man unter Umständen heimlich Windeln tragen, etwa im eigenen Zimmer oder wenn niemand zu Hause ist. Schlussendlich solltest aber du selbst nachdenken, was für dich am besten ist. Du musst am Ende ja auch mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. In jedem Falle solltest du dich nicht drängen lassen oder vorschnell entscheiden. Denke in Ruhe darüber nach. Solltest du eher dazu tendieren, es ihnen zu sagen, aber dir unsicher sein, kannst du das Thema zuerst unverfänglich erwähnen, beispielsweise bei passender Gelegenheit ansprechen, dass du davon gelesen hast, wie manche aus Grund X und Y freiwillig Windeln tragen. So erfährst du, was sie darüber denken, ohne dich gleich zu outen. Sollten sie zu negativ reagieren, kannst du einen Schritt zurück machen und sagen, dass du nur davon gehört hast. Sehen sie es locker, kann es eine Gelegenheit sein, um dich als Windelträger zu outen. Bedenke aber, das ist nur ein Indiz. Manche Menschen reagieren anders, wenn man allgemein über ein Thema spricht, als wie wenn es sie betrifft. Du kannst damit also nur herausfinden, ob sie Windeln grundsätzlich negativ sehen, was fürs Outen als Windelträger ein schlechtes Zeichen wäre. Insbesondere wenn du nicht geoutet bist und es nicht möchtest, solltest du aufpassen, dass es auch so bleibt, heißt alles rund um Windeln sicher verstecken und nicht zu nachlässig werden, sodass niemand versehentlich deine Sachen findet. Ich hoffe, dass dir dieses Video hilft, für dich die richtige Entscheidung zu treffen. Wer möchte, kann gerne in die Kommentare schreiben, wie du darüber denkst oder dich entschieden hast. Ansonsten findest du am Rand weitere Videos rund um Windeln, die dir gefallen können. Ich teste auch regelmäßig verschiedene Windeln im Alltag, um euch zu zeigen, wie gut sie sind. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.